Guten Abend, wir sind die in T-T-T-T-T Auf einen ganz netten Charfer Leute, der Almenleck, ich glaub der ist Traitor Ey, du siehst das an die Hände, die sind kleiner Beim Traitor sind die Hände immer kleiner, muss man drauf achten Ne wirklich Zeig deine Hände Zeig deine Hände Ich bin in den Händen schon klein Ja, sowas ist mit meiner Hände Ich bin noch gar nicht hier Ich traue keinen Leuten mit der Schockseller Und du bist der Charm Ey, hier unten läuft Patrick um Ich vertrau uns, ich würd ich gern Ja, komm, komm, schieß mich doch ab, du Traitor Los, schieß mich doch ab Ich hab das im Geben noch nicht gesucht Ja, ich bin innocent Warte, 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 warte Ich muss kurz den Luca Leister stellen, bitte nicht töten Ey, Patrick schießt, Patrick schießt Patrick hat geschossen gerade Hä, ich stehe hier Alter, du hast Patrick geschossen Du hast auf mich geschossen Junge, ich hab... Alter, willst du mich verarschen? Du hast doch gerade auf mich geschossen Okay, dann töten wir jetzt den Patrick Hallo, Herr Spitzel Ey, warum bist du... Doch, der hat gerade auf mich geschossen Ich bin zu großartig Okay, warte, ich hab den Patrick gemischt Soll ich den Köpen? Warte, warte, warte Warte, warte Stopp, stopp, stopp Da, bin ich mich Patrick Was machst du mit mir denn zufrieden? Lukas Boah, das war gut, ey Ich hab gestern... Jetzt kann ich grad nicht ausmachen, weil ich grad gestern bin Habe ich Data gesagt, oder? Der Snowlaunch wieder mitgewertet Und hast du gewonnen? Ja, ja Wer war jetzt zu ATA? Oh, nein, irgendwas Da ist? Doch, Alter Das hab ich gar nicht gemacht Ne, ich wollte einfach... Keine Ahnung Redline Wer ist gespielt? 3D Max Ich wollt ein paar weniger Leute, da ist das einfacher Wer hat das gewettet? 3D Max 222 1 Easy win Entschuldigung Scheiß in auskommt 2, 2, 4, 2, 8, 3, 4 auskommt Alter, Quatsch, und ich alle nicht einander Mein, das ist die Redlere Hallo Cyberpunker Die Redler... äh, in Jakob Die Redler ist nur 8... ist nur 8 In-Field-Tester Oh, warte mal M Woof so baseball just niezen Und Rater Willst du's mir geben? Ja, warte Ja? Peng! Peng Peng! Auf K! Oh, Alter! Ich muss grad husken, ey! Der war im Tradershop! Der war im Tradershop! Hallo! Der war im Tradershop! Alter, irgendwer schießt hier! Wer schießt denn hier? Ich! Oh, Galil! Wer darf das? Ich liebe die Kunst! Cyberpunker! Was machst du? Was? Was machst du, Cyberpunker? Sellerus muss es sein! Wieso muss ich es sein? Hey! Ja, das... Hallo! Da mein Galil! Alter, der haut Milch! Alter, der hat mich gehauen! Alter, der hat mich gehauen! Alter, der hat mich gehauen! Ey, ich soll ich ihn umbringen! Auf den Boden! Auf den Boden! Der hat mich... Alter, ich töte den jetzt! Der hat mich gehauen! Oh ne Scheiß! Der hat mich gehauen! Alter, du hast mich gehauen! Wieso haust du mich? Ich erschieß dich jetzt! Ja, egal! Wer? Wo? Das Teufel! Sag mir den einfach, wie du brauchst du! Jo, das sind zwei Hots! Drei! Drei! Alter, wie viele sind wir denn jetzt? Äh, warte, wer ist gestorben? Der Zehre ist tot! Ey, quatsch mal nicht rein, wer nicht mitspielt oder tot ist! Ähm... Und das ist ja total verwirrend! Patrick! Okay, jetzt sind eh alle da! Jetzt kann man ruhig sein! Patrick! Hat mich überhaupt jemand? Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Du lebst noch, oder? Ja, ich lebe noch! Ah! Oh fuck! Äh, Entschuldigung, du hast auf ihn geschossen! Nein, er hat mich nur angehauen! Du hast ihn geschlossen! Du hast ihn geschlagen! Entschuldigung! Okay, jetzt ganz normal, wenn man tot ist, ruhig sein! Ja! Äh, wir sind zu sieben, ja! Alter, wie geil ist das denn? Alter, wie viele Trader gibt's dann? Gibt's dann schon zwei Trader? Zwei! Okay, gut! Und ein Detektiv! Ja, ja, ja! Drei Enos! Ab wie vielen Leuten ab... Ab acht sind dann drei Trader oder was? Na, na, na! Boah, das wär krass! Hey! Geh weg, weh! Hallo Patrick! Gibt da noch Detektiv, oder? Äh! Alter, ich geh jetzt mal die ab! Also, manche über zehn Leute gehen auf den Server und es sind davon immer nur zwei Trader und sechs. Also, es gibt Max mal zwei Trader. Äh, na, noch nicht. Äh, na! Du die Radon bitte! Alter, irgendwer hat die grad geschossen. Okay, ich sag dir... Hallo Cyberpunther! Nää, du? Bist du halt fein? Ja, bist du halt fein! Ja, ja, aber gibt's dann noch mehr Ende? Okay, ich bin jetzt im Servo! Du wachst grad total hin und her, ey! Ich bin jetzt beim Servo! Wenn ich hier... Geht's dann im Servo? Serra, könntest du mich töten? Ja, könnte ich. Mach den! Ah! Nö! Werde kein Trader. Geht ja mein Kammer runter, also... Geht ja mein Kammer runter, also... Wo seid ihr alle? Okay, Lya war innocent. Alter, was geht denn jetzt mal auf der... FPS auf einmal runter? Wieso? Gern geschehen, Lya, ne? Oh, nö! Warum... Warum gibt's das so ein Drecks Error? Ey, ihr oder was? Ja, komm! Geht hoch und wieder runter! Ich hab ihn doch... Creepy ist hier! Alter, irgendwer hat geschossen! Creepy hat geschossen! Patrick ist es auch! Patrick ist es auch! Nein! Nein, bin ich nicht! Warum denn? Ich weiß nicht. Diese Scheiß-Gottverdackten Worentöne! Oh mein Gott! Patrick ist es. Das sag ich auf jeden Fall. Also ich hoffe, die hören dich jetzt nicht im Test. Ausflussverfahren. Ja, hören dich nicht, alles klar. Cool, Alter, du! Das hat man auch vorgesehen. Ja... Falsches... Falsches Ausflussverfahren... Oh nein, noch nicht. Du bist tot! Ja, okay! Wer ist tot? Bin ich tot. Ich tue nur so. Tja! Alter, wie der da sitzt? Ach, schön. Wer lebt denn noch? Ich. Oh, ist das schön. Der war doch. Also wir spielen hier gerade auf dem Server von Cyberpunker oder irgendwem. Oder von... Oder von... Oldpunker. Von irgendwem. Jedenfalls. Kenne ich ihn nur aus Elferspelt. Er hat sich seinen Server zur Verfügung gestellt. Sein TS. Dafür... Einen herzlichsten Dank. Kann man nur aussprechen, das ist wirklich sehr nett von dir. Was? Alter, der... Ach. Ne, ne. Boah. Ah! 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 Alter, wie geil! Wie geil! Parkhouse! 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 Ah, der Parkhouse! Also ich muss jetzt auch... Ich verabschließe mich für diese Folge. Bis demnächst. Ciao, ciao! Wollt ihr auch noch tschüss sagen? Ciao! Tschüss! Tschüss! Ja, alles klar. Bis demnächst. Ciao!